Mein Name ist John Steve Okumo. Ich bin 26 Jahre alt und ich lebe in Kisumu. Kisumu, das ist in Kenia, Afrika. Ich arbeite mit einem besonderen Seegras aus dem Viktoriasee. Ich mache damit die unterschiedlichsten Dinge, wie zum Beispiel Ohrringe und Halsketten. Ich verwende auch die Samen sowie fast ausschließlich Sachen aus der Umgebung. Die verkaufe ich dann, verdiene mein Geld, lebe mein Leben. Was mir am meisten Sorgen macht, ist, wie sich der Lebensstandard hier verändert. Tag um Tag, Jahr um Jahr steigen die Preise weiter. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Was mich glücklich macht, sind die Talente, die mir gegeben sind. Dass ich mit meinen eigenen Händen schöne Dinge erschaffen kann. Mein Lieblingsessen ist eigentlich Fisch. Aber der Fang ist immer weniger geworden. Wegen der Überfischung musste ich meine Gewohnheiten ändern. Also esse ich jetzt das, was ich mir leisten kann. Bohnen und Reis. Ich würde mich freuen, wenn ich nach Deutschland reisen könnte. Ich habe viele Freunde in Deutschland, die mich normalerweise hier besuchen kommen. Deshalb würde ich da auch gerne mal hinfahren. Ich würde wirklich lieber gegangen sein. Ja, Mann.